Hallo, hallo! Hm, warum ist jetzt einfach mal der Sound aus? Ah, jetzt geht er wieder an. Ich hatte es schon angekündigt. Ich wollte es unbedingt mal machen. Wurde mir empfohlen von der lieben Mama. Also, ich werde es ja auch mal verlinken hier unter, direkt unter dem Video. Direkt unten drunter, genau. Es sei denn, die anderen wieder das Kanal designt, dass es irgendwie seitlich oder so ist. Oder dass es irgendwie oben drüber oder so ist. Aber ja, ich werde es auch mal verlinken. Sie hat mir dieses Spiel empfohlen. Und zwar, Edna bricht aus. Ich habe die Demo schon gezockt. Also, die Demo, ähm, ich weiß schon wieder, wie es da so abgeht. Die ersten drei, vier Räume. Ich würde eigentlich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und warum geht es jetzt nicht? Game, hängst du dich auf? Ich spüre mit Fenstermodus, so anders kann ich, anders wollte ich, geht es nicht aufnehmen. Gut, es geht. Intro! Musik. 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 Ja, nee, ist klar. Ich finde das Intro zu geil. Habe ich auch ein Mikrofon an? Ja, habe ich an. In der Gummizelle. Da können wir hin. Was ist los? Ach, nichts. Dupidupidupidupidupidu. Ha! Boah! Ja, jetzt ganz offiziell, wir kommen zu Edna bricht aus. Ja. Und wie man sieht, die kleine Lady da, die wir spielen, das ist Edna. Wir können sie rumführen, das ist ein Point-and-Click-Aventure. Ich bin nicht so der... Übrigens hat sie sehr heiße Mode an. Also, neueste Schrei. Ein Kittel mit ihrer Unterhose. Ja, neueste Schrei. Mit Leertaste können wir sehen, was wir alles benutzen können. Na, wir können einiges benutzen. Wir können auch mit Sachen reden. Zum Beispiel reden wir mal mit dem Stuhl. Hallo, Stuhl! Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Ich hab da so Spaß dran. Weil, das wollte ich schon... Also, das finde ich echt geil. Das wollte ich lange schon mal zeigen. Stehen bleiben, Tisch. Man kann mit allem reden. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Das redet auch voll mit allem. Ich nehme das als Ja. Genau! So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh. Joa, das ist das Inventar. Wir haben einen Hasen hier. Mit dem Stuhl. Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Und ja, der hier redet. Er sieht so nutzlos aus. Das täuscht. Glaub mir. Das war ein Hinweis. Wir können ihn nämlich benutzen. Ich habe hier lange genug gesessen. Ja, beziehungsweise. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Genau. Jetzt haben wir ein Stuhlbein. Was machen wir damit? Wir hauen es gegen den Tisch. Quatsch. Ups. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Ja, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Joa, jetzt haben wir ein spitzes Stuhlbein. Damit können wir dann hier die Polster aufreißen. Schließ. Übrigens, wenn sich jemand an der Auflösung stören sollte. Das Game hat diese Auflösung nur. Man kann sie nicht einstellen. Das finde ich auch schon ein bisschen dämlich. Aber kann man da nichts ändern. Ich weiß nicht genau, welches es war. Aber jetzt müssen wir mal mit mir mit den Gitten reden. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen. Stimmt's? Joa, klar. Wir reden nochmal mit ihm. Hey! Hallo! War nicht so ein Lärm da drin. Was willst du? Wo bin ich? Bin ich hier? Schätzchen. Wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Das ist nett. Der Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Warum ist es so heiß hier drin? Oh. Das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Man sieht sie nicht. Hier ist keine Klimaanlage. Aber wie der lacht, ey. Wie ist es für etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Ich weiß, wo sie ist. Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. Hinweis. So wie eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht später. Was ein Sausack. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau. Sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Genau. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Ihr seid schon. Ihr seid schon. Ich glaube, es ist letztendlich rausgekommen. Es gibt auch noch ein Spin-Off zum Game. Allerdings, den werde ich erstmal machen, wenn ich das überhaupt durch habe hier. Und guck, was mir gefällt. Bisher gefällt es mir aber schon. Hm. Was machen wir denn? Mir ist aufgefallen, was für eine Tampf-Arse du doch bist. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Wollte mal ein bisschen schmeicheln. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Ja. Ja. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in deiner Mannschaft oder so? Oh. Ich. Nun. Ich spiele Golf. Mini-Golf. Der ist Hardcore. Ja. Er spielt Golf. Mini-Golf. Mini-Golf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stelle dir die Klimaanlage an. Das wollten wir haben. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Brav. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Jo. Da machen wir jetzt nämlich was. Ähm. Benutzen. Und zwar den... Da kommen wir auch mal mit dem Reden. Moment. Mal reden mit dem Spalt. Ah. Ich will mit dem Reden. Echo. Hinter diesem Häusern scheint ein Ruf zu sein. Benutzen. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Ja. Hallo? Mit luftigen Spalt. Geht doch. Hallo, kleiner Ventilator. Ah. Möchtest du eine Banane? Ich habe leider keine Banane für dich. Oh. Oh. Dieses Game ist genial. Sesam, öffne dich. Hm. Das war wohl der falsche Spruch. Jo. Schraube. Geh mich nicht an, das Subjekt. Hey, Schraube. Bleib mal locker. Ach, nee. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Ha. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Okay. Ähm. Hallo? Hallo, Edna. Was gibt's? Was meintest du mit diesem damals Quatsch? Naja. Früher hattest du einige coole Tricks drauf. Ja. Jetzt kommt's nämlich. Das Wichtige. Warte mal. Hm, was sagen wir denn? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Hm, glaub ich nicht. Barfuß Paul Kattansen. Hört sich auch anders an an. Hm, mit Delfinen sprechen als gut an. Kann ich mit Delfinen sprechen? Das hört sich toll an. Das wohl eher nicht. Schade. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? Äh. So funktioniert das nicht. Vergiss nicht. Ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto Lucci. Exacto Lucci. Und dann? Dann Tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Mhm. Ähm. Hallo? Tempomorphen. Hallo Edna. Was gibt's? Genau. Was meintest du mit diesem... Was meintest du mit diesem... Das hatten wir gerade schon? Naja. Konnte ich mitbrennen? Das wohl eher nicht. Aber ein paar Dinge... Ich war sicher. Was weißt du noch? Äh. Sovon... Vergiss nicht. Das hat mir schon alles. Ich glaube ich muss nochmal die Schraube benutzen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, wie die Schraube... Exacto. Und dann? Dann? Cool. Ja. Ist cool. Ich bin bereit, Harvey. Genau so war das. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Was genau meinst du mit Tempomorphen? Tut das weh? Tempo ist Zeit und Morph? Ich weiß nicht. Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Jippie! Dass sie sich dabei freut. Ja! Tempo herst du mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Ui! Oh Gott, klein Edna. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an. Ich bin jung. Es sind etwa zehn Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert oder... Alfred. Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Doktor Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Joa, hier steht jetzt, das ist ein bisschen sehr schwer zu erkennen. Harvey kann per Drag & Drop sogenannte Topics, also Themen, auf Ätna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Also, ja, bekommt ihr Labern. Zum Beispiel nehmen wir einen Holzscheit, Labern mit ihr darüber. Aber würde er sie etwas später benutzen, kann er sie auch in die Leiste, also die unten, äh, an dem unteren Bildrand ablehnen. Äh, Bildschirmrand ablehnen. Ein Bildrand steht da. Bildschirmrand heißt aber aber leer. Gehe jetzt, der Tipp gelesen, verstanden. Ja, haben wir verstanden. Zum Beispiel können wir mit der Hake reden. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Hm, das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Hey, Ätna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komm ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Joa, dann wollen wir eben wechseln. Da unten können wir nicht wechseln. Benutze Hake, ähm, nimm Hake. Benutze Hake mit Kellerfenster. Benutzen. Nicht ohne seine Erlaubnis. Ah ne, jetzt müssen wir einfach noch mit ihm, nochmal auf ihn wechseln und dann nochmal mit ihm reden. Bäh, wechsel. Hallo, danke. Ähm, Ätna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Jetzt sind wir draußen, yay. Wir nehmen die Regentone nochmal mit. Wir gucken, was er dazu sagt. Die Hintertür, yay. Ach, guck mal, die Sonne. Toll. Gehen wir zu, äh, hinters Haus. Oh, da sitzt ja wer. Die Linke ist Mathis, Ednas Vater. Mathis. Aber rechts, äh, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mathis zusammen am Tisch und ist Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Schwere Frage. Geht zur Zeit schon. Hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Oggen reimen darf. Jiddi. Das war schon längst überfällig. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels befreien konnte. Auf der Nordsee-Hallig-Hogel wurde ein Linkshändler mit einer Rechtshänderschere ermordet. Sehr seltsam. Das nimm ich auch mal mit, weil's wüsste ist. Ähm, wie kommen wir wieder raus genau so? Träume ich etwa? Das ist doch Alfred. Das hatten wir vorhin schon. Er war das Nerven. Und hier sitzt er zusammen mit Ednas Vater bei einem... Irgendwie hängt sich gerade das Game auf. Das lief wahrscheinlich da rein, aber ich bin im Fenstermodus. Ne, doch nicht. Wollte schon sagen gerade. Die bewegen sich ja noch weiter. Der Text war aber mal weg. Das hat ein bisschen... War ein bisschen verwirrend. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Übrigens hat sie sehr schicke Klamotten hier. Der ist so ein Strumpf, der andere kein Strumpf. Äh, der Ding, äh, das geht ja gar nicht. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. No shit, Sherlock. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich gucke mich lieber weiter um. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut. Hock zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Ich möchte jetzt allerdings mal eben ganz kurz hier wieder stoppen, weil... Ja, es geht ein bisschen über die Zeit. Ich wollte so 15 Minuten Folgen da machen und dann je nachdem mal hochladen. Jetzt möchte ich erstmal wirklich ein bisschen pausieren und... Speicherst du bitte jetzt? Speicher. Und wenigstens habe ich keinen Antivir, der jetzt gerade hier aufploppt und sagt, äh, geht nicht. Das war jetzt so ein Bezug auf meine Skyrim-Folgen, wo immer, wenn ich aufnehmen wollte, Antivir kommt von hinten. Hallo? Game? Game? Gebt doch. Okay, dann bis zum nächsten Mal, ne? Bei Edna bricht aus und dann geht's weiter genau hier. Tschö!